Ich lerne Deutsch. Nummer 14181 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Freiheit ist kein Luxus. Sie ist ein Wesensmerkmal, das den menschlichen Geist erhebt und inspiriert. Freiheit ist kein Luxus. Sie ist ein Wesensmerkmal, das den menschlichen Geist erhebt und inspiriert. Der Hund freut sich immer, wenn er Leckerlis bekommt. Wenn du dir ein Auge zuhältst, wirst du nicht die ganze Schönheit der Welt sehen. Wenn du dir ein Auge zuhältst, wirst du nicht die ganze Schönheit der Welt sehen. Gemeinsame Interessen und Werte stärken die Freundschaft und schaffen Verbundenheit. Gemeinsame Interessen und Werte stärken die Freundschaft und schaffen Verbundenheit. Gemeinsame Interessen und Werte stärken die Freundschaft und schaffen Verbundenheit. Der sogenannte Erfolg des Projekts beruhte auf geschönten Zahlen. Der sogenannte Erfolg des Projekts beruhte auf geschönten Zahlen. Der sogenannte Erfolg des Projekts beruhte auf geschönten Zahlen. Betont, dass der Erfolg des Projekts vielleicht nicht so groß war, wie behauptet, weil die zugrunde liegenden Daten manipuliert waren. Oma, Mama und ich leben zusammen in einer großen Wohnung. Meinen Papa besuche ich alle zwei Wochen. Oma, Mama und ich leben zusammen in einer großen Wohnung. Meinen Papa besuche ich alle zwei Wochen. Oma, Mama und ich leben zusammen in einer großen Wohnung. Meinen Papa besuche ich alle zwei Wochen. Er ist Professor der Radiologie. Sein Selbstvertrauen ist jeden Tag spürbar. Er weiß, was er tut. Er ist Professor der Radiologie. Sein Selbstvertrauen ist jeden Tag spürbar. Er weiß, was er tut. Er ist Professor der Radiologie. Sein Selbstvertrauen ist jeden Tag spürbar. Er weiß, was er tut. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.